Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der 13. Ich bin heute Killer, aber wir spielen die kleine Map. Das war nämlich der Unterschied mit den Intros, glaube ich. Es gibt eine große und eine kleine Map und ich denke, dass die kleine Map für eine kleinere Anzahl an Spielern gedacht ist. Das heißt, wir spielen jetzt die kleine Map mit acht Leuten, was wiederum bedeutet, dass das Ganze sehr schnell zu Ende sein kann, gegen mich. Trotzdem, wir schauen mal, was jetzt passiert. Das haben wir jetzt erst gecheckt, dass es große und kleine Maps neuerdings gibt. Ja. Der Wachenparty, der Wachenparty. Das hat aber dramatisch da gemacht. Das ist doch groß jetzt, siehste? Oh, au! Au, shit. Wir lösten doch weder Schuh, der Arme. Oh, abhauen, Leute, abhauen! So, ich bin Jason und das ist die kleine Map. Lol, die ist wirklich klein. Make them remember, Jason. Make them suffer. Ja, okay, dann wollen wir mal. Das ist ja wirklich krass, ist ja geil gemacht. Was ist hier los auf dieser kleinen Map? Wie geht es Ihnen? Der Early Boy. Bin ich eingeladen zu dieser Haus-Party? Oder wie man das nennt? Ja, ich wasche Musik an. Warten Sie sich mal in die Tür auf. Hi, hier. Er legt eine Falle vor dem Auto. Ich würde nicht mit dem Gewehr ziehen. Kommt rein. Ich habe zwei Gewehre. Ich gehöre trotzdem rein. Wir haben zwei Gewehre, ja. Hallo! Falscher Weg! Günni, komm! Hau ab. Du kannst doch nicht Günni entkommen lassen. Doch, der Günni. Das ist Günni. Der kleine Günni. Er hat sich selber ausge... Günni liebt es. Early? Ich habe dich gehört. Early Boy. Early Boy. Macht was immer. Ein Early macht. Sitzt im Schrank. Stirbt ganz schnell. Wolltest du noch das Fenster zu bringen? Das tat weh. Das war doch voll doof. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht Early Bobo. Hallo! Ich hau nur mal zu, ja? Okay, jetzt kannst du... Hey! Hey! Was ist da am Auto los? Gar nichts! Günni! Ich lass dich entkommen. Jetzt wird gleich gerestelt. Ja, wenn ich da bin. Hallo? Willst du es echt versuchen? Ey, warte, warte. Lass doch die Hand ankommen. Günni. 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 Lass die Batterie liegen. Dann können wir reden. Lass sie liegen. Drück Z. Lass die Batterie fallen. Lass sie fallen. Lass sie fallen. Lass sie fallen mit Z. Z gedrückt halten. Hä, ich wollte ihn doch gar nicht killen. Ey, sie haben mich den Telefon-techniker gerufen. Wollten sie da rein? Ja, geh halt wieder rein, Tautau. Der liegt hier draußen. Habe ich leider auch schon bemerkt. So. Ja. Hilfe! Keiner zuhause! Das war's, Tautau, das war's. Ja, ist ja keine Überraschung, Tautau. Hast du durch das kaputte Fenster gesprungen? Nee, war nur Gutes. Wird hier wieder gearbeitet? Okay, jetzt langsam muss ich mal angreifen. Shit, ich wollte Gunny nicht so schnell töten, das tut mir mega leid. Ich hoffe, dass die Dingens gerufen haben, damit er noch... Hallo! Oh. Die Hallonen, der ist ja wieder weg, oder was war das denn? Gruselig, oder? Ich wollte keine Bärenfalle legen, scheiße. Aber jetzt wird gerestelt! So. Wie sieht's aus? Ist mir schon mal abgehauen? Nein. Hallo? Oh Gott! Au! Ups! It's always fun, when they run. Run, baby, run! Achtung, Tauta, jetzt geht's los! Leute, ich bin gesellschaftlich! Schau mal da unten. Ich konnte ihn jetzt nicht töten, das ist echt interessant. Also es kam nicht. Leute, ich bin gesellschaftlich! Scheiße! Was ging nicht? Echt? Wir doch! Ich bin halt mit dem Westerstrich, kann ich den einmal... Nein! Mit dem Westerstrich kann ich den einmal abhalten. Ja, aber wir haben die zwei Waffen! Oh, du! 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 Oh! Wer hat die Waffe geklaut? Was war das denn? Ich seh die Waffe! Alex war's! Alex war's! Ich war's! Springe! Ich bin Baseballspieler! Ähm... Ist nicht das beste Haus! Doch! Wir sind hinten raus! Tschüss! Geht an dem nicht! Doch, geht! Das tut jetzt weh! Ich würd hier nicht reinkommen, Daniel! Schieß halt! Was wollt ihr machen? Wollt ihr mich erschießen? Ja, zweimal schießen! Schieß doch! Dann tötest du ihn! Scheiße! Ich! Ich schieße den Fuß! Manchmal kann ich nicht killen wegen den Wrestling Moves! Ich brauche mehr Platz! Das ist das Problem! Ja, wegen den Wrestling Moves! Ne, ich brauche mehr Platz mit dem Jason! Echt? Ja! Mach mal die anderen! Die sind ja auch... Ich will die Waffen weghaben! Welche Waffen? Ich finde das eigentlich eine Legend-Taktik! Du wirst es doch nicht schaffen, Dado! Okay, ich geb auf! Ich hau ab! Nimm die Axt! Warum wolltet ihr mich nicht abhauen lassen? Du kannst doch abhauen! Geh doch mal ins! Jetzt haben die auf mich geschossen! Jetzt bin ich sauch! Kommt schon, Jason! Oh, das durfte ich gerade gar nicht machen! Oh, haben sie es gefixt? Jetzt haben wir keine Waffen mehr, Dado! Wir haben keine Waffen mehr! Wir haben keine Waffen mehr! Wir haben keine Waffen mehr! Das ist ein schöner Chase, Dado! Ja, ne? Alex, der Haste tut mir leid! Geh weg! Ich bin mir armlos! Ich sehe nichts mehr! Du wirst gleich langsamer! Du wirst gleich mürbe! So, jetzt! Oh, ich konnte nicht schlagen! Ich durfte nicht schlagen aus so einem Grund! Was ist eigentlich hier los? Noch nichts am Telefon! Scheiße! Oh, schade! Guter Run! Ja, ich glaube, diesmal werde ich nicht alle töten! Es ist so ruhig! Man hört hier nichts! Was ist hier? Naja! Es war doch nett! Was ist denn in die Richtung? Ist das echtes Auto? Immer noch im Haupthaus? Das ist Radio! Okay! Du hast sie auch getroffen! Nö, scheinbar nicht! Ja, Dado ist am Viersitzer! Ich habe die Schlüssel vor dem Viersitzer gelegt! Und die Fußbopft liegt in der Nähe vom Lager vorher bei dem Viersitzer! Mann, die beiden! asıt! Nö, ist das hier! Hallo! Was? Kann du? So, nehm' mit neun Hinterhausgarten! Ja, ja! Nehmen sie doch! Ich will wieder reingehen, Early! Schieß bitte nicht Bitte nicht schießen Seid ihr schon mürbe? Solange du die Waffe hast Die Musik ist weg, ich hau ab Ok, das ist nett von dir, danke Und jetzt? Early boy, ich komm wieder Wo denn? Hut drehen, Hut drehen, lauf Hut drehen Was kann ich für dich tun? Können wir nicht verhandeln? Ja, bleib kurz stehen Das ist ne Bärenfalle für dich Geh in das Haus rein, da bist du sicher Geh ganz viele jungenfreuliche jungenfragen Aua, aber ihr biebst doch Der Kalle, der Tobi Kalle am Spieß Scheiße Kunran Sie verdienen zu sterben, Jason Sie machen sie zu sterben Sie werden zu sterben Das Häuschen ist neu hier Ne, das ist schon immer da Ne, das ist nicht Doch, das gibt es schon immer Ja, aber ne, das ist ja Map Die Map hast du auch noch nie gespielt, weil die Map neu ist Okay Scheiße, ich wollte ihn einfach nur predikten Ja, hab ich Tschüss, die schöne Welt Ja, komm ich slam Oh Ja 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 Guten Tag. Guten Tag. Langsam ausbluten lassen, Leute. Das ist wichtig. Ich hoffe, der kleine Killer-Part hat euch gefallen. Das war eine kleine Map. Wir haben beim nächsten Mal noch ein Special für euch vorbereitet. Das seht ihr dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Lasst gerne einen Like. Da schaut man einfach bei. Bis dann. Macht's gut. Ciao.